Hallo und herzlich willkommen bei den HS-Steuernachrichten. Heute mit diesen Themen. Aufrechnung eines Rechtsanwalts mit Honoraransprüchen gegen den Anspruch auf Herausgabe von Fremdgeld? Besteht ein Anspruch auf Kindergeld, wenn ein Kind auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz auf unbestimmte Zeit erkrankt? Sowie, haben Praktikanten eigentlich einen Anspruch auf Mindestlohn? Ein Rechtsanwalt erstritt aus einem Vergleich für seine Mandantin einen stolzen Betrag von 290.000 Euro, welcher im Jahr 2011 zur Weiterleitung zunächst auf seinem Bankkonto einging. Einen Betrag von 50.000 Euro behielt er davon jedoch ein. Es seien noch Honorarforderungen gegenüber der Mandantin offen, mit denen er nun gegen den Herausgabeanspruch aufrechne, lautete seine Begründung. Im Jahr 2012 wurde der Honoraranspruch in einem weiteren Verfahren auf einen geringeren Betrag festgestellt, womit der Anwalt zu einer Rückzahlung von über 47.000 Euro verpflichtet wurde. Bei einer Umsatzsteuersonderprüfung wurde dann festgestellt, dass der einbehaltene Betrag im Jahr 2011 nicht als Betriebseinnahme erfasst war. Der BfH befasste sich so dann mit der Thematik und stellte fest. Grundsätzlich werden Betriebseinnahmen und Ausgaben, die im Namen und für Rechnung eines anderen vereinnahmt und verausgabt werden, in der Einnahmenüberschussrechnung nicht erfasst. Es handelt sich nach § 4 Abs. 3 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes um einen erfolgsneutralen durchlaufenden Posten. Dies ist auch jahresübergreifend möglich, solange die Verklammerung von Einnahme und Ausgabe zu einem einheitlichen Vorgang nicht gelöst wird. Der Anwalt hat den Willen zur Weiterleitung des Geldes durch die Aufrechnungserklärung nach außen hin erkennbar aufgegeben. Schließlich hat er seiner Mandantin offenkundig erklärt, dass er aufrechnen werde. Insofern hat er die Verklammerung gelöst und begründet keinen durchlaufenden Posten mehr. Der einbehaltene Betrag war im Jahr 2011 deshalb insgesamt als Betriebseinnahme zu erfassen. Eine spätere Rückzahlung an seine Mandantin führt wiederum im Jahr der Vorausgabung zu Betriebsausgaben. Aber eben erst dann. Aufgrund langjährigen Drogenkonsums befand sich ein Sohn in Therapie. Aus ärztlichen Bescheinigungen ging hervor, dass ein Ende der Erkrankung nicht absehbar war. Der Vater beantragte für seinen auf Ausbildungsplatz suche befindlichen Sohn dennoch Kindergeld. Diesen Antrag lehnte die Familienkasse ab. Das Finanzgericht sprach allerdings dagegen, weshalb letztlich der BfH entscheiden musste. Er war der Ansicht, die Berücksichtigung eines Kindes auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz komme nur in Betracht, wenn das Ende der Krankheit absehbar wäre. Die bloße Aussage, nach der Krankheit eine Ausbildung beginnen zu wollen, reiche für einen Kindergeldanspruch nicht. Eventuell solle man jedoch prüfen, ob der Sohn als behindertes Kind berücksichtigungsfähig wäre. Praktikanten werden grundsätzlich vom Mindestlohngesetz erfasst. Praktikant ist, wer sich für eine begrenzte Dauer in einen Betrieb begibt, um dort praktische Kenntnisse und Erfahrungen zur Vorbereitung auf einen Beruf zu erwerben. Dabei darf es sich aber nicht um eine Berufsausbildung handeln. Nicht als Praktikanten gelten zum Beispiel solche, die ein Praktikum aufgrund schulrechtlicher Bestimmungen ableisten. Weiterhin fallen nicht unter die Begriffsbestimmung Personen, die ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung, für die Aufnahme eines Studiums oder begleitend zur Berufsausbildung oder zum Studium leisten. Grundsätzlich gilt, Anspruch auf Mindestlohn besteht bei Praktikumsverhältnissen, die nicht direkt mit einer Berufs- oder Hochschulausbildung in Zusammenhang stehen. Das war's für heute. Weitere interessante Themen finden Sie auf Instagram, Facebook und Twitter. Die Steuernachrichten haben Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal. Das erste Thema finden Sie noch einmal ausführlich in der Infobox. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal.